ja hallo und herzlich willkommen schön dass ihr heute dabei seid bei dieser ausgabe let's play world of warships und ich glaube viele von euch freuen sich immer mal wieder auf ein replay von einem flugzeugträger deswegen schauen wir uns heute mal hier die hakuryu an in dem fall eingeschickt von der only ruben vielen dank an der stelle so und jetzt muss ich hier die markieren dass wir auch sehen was er da macht so jetzt müsste es so funktionieren und jetzt schauen wir mal was er da für einen plan hat erstmal hat er hier seine flugzeuge mit den torpedos alle mal zu einer staffel geformt ich mache es auch gleich langsam aber zu beginn erst mal ist es noch nicht so unübersichtlich dass wir erst sehen was ist denn der grundplan und da sind erst mal die torpedos alle in einer staffel danach kommen dann ein paar nach und jetzt gehen wir in die echtzeit weil jetzt wird spannender wenn die ersten gegner aufgehen schauen was er da so reißen wird und wieder die setzen will shima case da ist sind ist der erste torpedo aber das war leider nichts so und in dem fall hier jetzt gehen auch seine jäger da in den kampf rein so und jetzt wird die schema da ordentlich mit torpedos behakt auch der luftkampf geht gut für ihn aus denn aktuell hat er da alle vom himmel holen können damit die ersten neuen flugzeuge schon abgeschossen sehr schön so und jetzt schauen mal was er hier noch mit der schema machen kann aber ich glaube das wird nichts mehr und er achtet gleich was der gegner mit seinem flugzeugträger so macht mit den bombern und auch natürlich hier den torpedos und er schickt da seine jäger mal rüber so und jetzt kann es das spannend werden und da holt er schon die ersten flugzeuge auch wieder vom himmel fünf stück schon da auch abgeschossen und jetzt muss er noch aufpassen dass er hier weiterhin auch die torpedos da im auge behält und natürlich auch die bomber die bomber sollen hier auf die minotaur gehen und jetzt hat er schon 17 flugzeuge abgeschossen aber jetzt soll auch der erste schiffsschaden mal passieren und hier sitzen die bomben perfekt und kann da den brand anfangen und auch 4500 schaden so setzen man sieht oben der brand tickt weiter also den schaden hat er schon mal angestellt schiff brennt lichterloh also das thema hat sich hier gleich erledigt und da ist er auch schon durch so schnell ist ein 10er schiff aus dem spiel befördert und hier in den north carolina ganz alleine in langsamer fahrt das ist natürlich ein wahnsinnig schönes ziel das hat er glaube ich jetzt auch gerade für sich wahrgenommen das heißt da werden wir jetzt wohl gleich den ersten richtig dicken torpedodamage sehen so und er fliegt da auch schon hin die missouri die mir die nicht wirklich stören sondern er will die north carolina die da ganz alleine für sich rum tuckert so der gegner hat jetzt auch langsam einen blick dafür was ihn da gleich eilen wird und jetzt kommt mit allen drei aber jetzt wird es richtig bitter schaut euch mal die torpedos an und wie viele sitzen da sitzen neun torpedos holy moly also mit viermal flutung schaden also das ist mal richtig bitter richtig heftig und er flutet er will zwar gegen heilen aber bei viermal flutung schaden geht es einfach nicht mehr also das war mal richtig richtig krass jetzt ist zwar der flutung schaden nicht mehr am start aber die north carolina ist auch schon zerstört worden von der bismarck also das war wirklich allererste güte das schiff hier so rauszunehmen und jetzt schauen wir mal was sein nächstes ziel gleich da sein soll jetzt will er die kurfürst wohl für sich beanspruchen zumindest mal mit ein paar bomben begrüßen so und da auch da fallen die bomben und hier ist natürlich der brand am start aber schauen wir mal was er noch mit den letzten bomben macht auch dann noch mal ein brandherd gelegt sehr fein und jetzt sieht man natürlich oben ganz gut pro tick 1200 damage allein von der kurfürst was so ein brand einfach ausmacht ist abnormal so aktuell kein brand mehr dementsprechend tickt auch der schaden erstmalig weiter und hier bei der yugomo da auch ein torpedo der da einschlägt dementsprechend jetzt nur noch 1400 und da will das jetzt noch mal vollenden aber scheinbar hat die yugomo da sowieso probleme dies wird durch den flutungsschaden versenkt und genauso ist es auch sein erster kill bei 100.000 damage fast die kurfürst fahrt hier auch ganz allein das könnt ihr das nächste richter richtig dicke opfer geben und der gegner schickt auch seine torpedos gerade hier entlang aber da holt er seine jägerstaffeln auch schon direkt ran also da dürfte für die auch gleich passiert sein jetzt muss er aufpassen dass hier die torpedos jetzt ins ziel kommen aber die dürften eigentlich sehr schön abgeworfen sein und da trifft einer da treffen alle das gibt es doch nicht kurfürst warum 8 du kannst dich denn von allen torpedos treffen lassen mann 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 so und jetzt auch die flugzeuge abgeschossen mittlerweile 18 flugzeuge die er da vom himmel geholt hat da sieht man mal er behält auch hierfür einfach weiterhin immer ein auge der gegner ist da einfach immer einen ticken schlechter beinand als er das hier macht jetzt muss man aufpassen weil er ist hier auf der insel aufgefahren deswegen hier diese warnmeldung so und jetzt hier die nächsten zwei torpedos auch die da kommen bei der äußeren an auf die moskwa so sein schiff ist gestoppt und jetzt auch im rückwärtsgang sieht man immer unten links ganz schön die bomben haben auch wieder einen brand da gelassen und der tickt auch da kann die moskwa jetzt gerade nichts dagegen machen das spiel selber ist eigentlich von den schiffen her sehr ausgeglichen beide seiten haben fünf schiffe bis dato verloren aber sein team hat alle punkte für sich einnehmen können das ist natürlich phänomenal so und hier mal schauen was da jetzt mit der missouri passiert aber er hat wirklich ein phänomenales talent die torpedos zu schmeißen und hier schon wieder fünf treffer mit drei flutungen da muss der natürlich sofort das weg reparieren weil drei flutungen stehen brauche nicht drüber reden das wäre massivst schlimm so und hier die nächsten zwei torpedotreffer damit hat er schon das großkaliber leider hier ist kein flutungsscham weil den hätte er nicht mehr reparieren können aber wenn er den jetzt zum brennen bringt dann war es das wobei ja missouri ist gleich erledigt das sieht er glaube ich ähnlich deswegen lässt das schon da ab und wird sich da auf die kurfürst stürzen so und jetzt kommen da zwölf torpedotreffer war 12 bombentreffer mit zwei bränden aber die sind auch sofort gelöscht weil zwei brände auf der kurve ist ebenfalls sehr unangenehm aber zwölf treffer ist einfach richtig richtig satt gruppe 5 in der luft gruppe 4 wir stehen unter beschutzen und jetzt ist auch hier die missouri weg mit den nächsten zwei treffern also das ist einfach wahnsinn was er hier für ein schlachtfest abliefert schon 230.000 damage und er ist noch lange nicht fertig der gegner hat mittlerweile massiv den vorsprung von den schiffen fünf schiffe und er ist hier noch mit einem einzigen zerstörer ansonsten hat der gegner aber ich sowas von hier die oberhand so und jetzt hier sollen da die nächsten torpedos rausgehen richtung kurfürst auch da sind die alle super abgeworfen einmal wassereinbruch vier treffer aber auch hier wieder leider keinerlei möglichkeit davon weiter zu profitieren denn direkt auch hier das ganze repariert jetzt muss er aufpassen weil bald wird er natürlich aufgehen deswegen geht er jetzt aktuell auf die kurfürst drauf weil es das erste schiff ist was ihn auch aufdecken wird und jetzt holt er wieder einige flugzeuge runter die kreisler über der fletsche da hilft auch da wieder sein partner so und jetzt der brand der ist wichtig weil den kann er jetzt gerade nicht mehr weg reparieren und da kommen die nächsten flugzeuge da braucht er auch wieder ein brand am besten aber den kriegt er da nicht dafür aber seine jäger gehen hier den gegner beharrlich an und nochmal treffer durch die bomben aber wieder keinerlei möglichkeit hier den da zu versenken und jetzt kommt er auch in den fokus aber der macht es auch nicht mehr lange die kurfürst ist gleich durch holt sich jetzt gerade den vernichter dabei letzten 100 und da ist er weg sehr gut und jetzt da oben die mugami das nächste schiff was ihn aufdeckt anti er geht schon rund jetzt ist er ganz allein auch seine fletscher ist mittlerweile zerstört also jetzt muss es irgendwie alleine hinbekommen von den tickets her liegen sie noch vorne er will jetzt wohl nicht auf die mugami drauf gehen sondern orientiert sich nach hier drüben ist jetzt durch die flugzeuge offen mugami dreht auch wieder ab also das heißt definitiv auf die schiffe gehen die im westen vornehmen sind das wird das größere problem werden aber ne er bleibt auf der mugami mugami dreht jetzt auch rein und jetzt haut er da die torpedos reißen einen weiten fächer und einen knappen und hier auch wieder da vier torpedotreffer zwei wassereinbrüche aber die sind natürlich auch sofort und da hat er aber nochmal ein paar und das schaut sehr gut aus und er bekommt auch schon hier das lob von seinem team weil er macht wirklich eine super feine runde leider da ist nur ein treffer da hat jetzt die mugami gut gegen gearbeitet 300 4000 damage schon auf dem zähler und sie brauchen nur noch 100 tickets aber er ist halt der letzte und das heißt wenn er da nicht wegkommt dann hat er halt ein problem das gute halt an den flugzeugträger dass er so verdammt schnell ist ihr seht es ja 34,5 knoten mich wundert so ein bisschen der gegnerische flugzeugträger dass der da noch nicht irgendwie mehr ausrichten konnte bei ihm hier so jetzt mugami brennt da auch und hier jetzt die nächsten treffer auf ihm und jetzt kommen auch bomben auf ihn sieht man unten an der mini map ganz gut aber wir bleiben natürlich hier auf der action drauf und jetzt auch die flugabwehrmannschaft mal klar weil seht ihr auch selber da kommt einiges mittlerweile ist schon 43 flugzeuge abgeschossen und es werden nicht weniger ganz im gegenteil die flugabwehrmannschaft machen da auch einen guten job auf seinem schiff und jetzt hat er hier den versenken können also auch mugami ist weg vier kills 315k damage den feuer alarm den kann er grad nicht weg machen weil dafür hat das feuer einfach schon genutzt zwei brände hat er auf sich und jetzt kommt die moskwa da auch noch deutlich näher aber ihr seht die tickets schauen super gut aus also er braucht nur noch 15 und dann ist das thema geschafft aber 20.000 damage das ist einfach auf messer schneide die runde hier und jetzt muss er die flugzeuge so positionieren dass die schiffe so ein bisschen abdrehen müssen und hier die kommen gut ich sag schon mal vielen dank denn die runde ist gleich zu ende ob er es schafft oder ob er noch davor zerstört wird sehen wir jetzt viel spaß hat das aber 10.000 ans wir uns die die bis 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 bis